Sie sind in allen Müller-Filialen. Also erstmal vielen Dank an Hollister dafür, dass ich es schon vorher testen durfte. Sowas finde ich einfach mega geil. Und so sieht das gute Stück aus. Eine sehr stylische Plasche. Das Parfum ist gar flechtrose eingefärbt, was ich super cool finde. Und heute, dieser Geruch ist einfach der absolute Oberschit. Ich freue mich so sehr, dass ich das mit nach L.A. hier nehmen konnte, weil es einfach perfekt hierher passt. Also den Geruch riecht man einfach nur am Strand. Einfach als ob man mit Freunden am Strand schön die Zeit genießt. Wenn ich daran rieche, kann ich mir einfach so vorstellen, wie ich an diesen riesen Stränden von L.A. langlaufe, die Sonne auf mich schallend und einfach ich mich mega frei fühle. Das ist so ein bisschen, der Geruch ist ein bisschen süßlicher, aber so richtig schön fruchtig. Also es riecht einfach mega geil und die verpackten sich auch hammermäßig aus. Und ich hoffe, dass ich nicht mit Frauen, sondern natürlich auch für Männer.